Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 11 auf. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. Drucksache 19,665 zu Drucksache 19,64 Der Berichterstatter ist der Kollege Jürgen Frömmrich. Das macht nur langsam, notfalls kriegst du es von uns. Herr Präsident, die Beschlussempfehlung der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bei Enthaltung von SPD, DIE LINKE und der FDP den Gesetzentwurf unter Berücksichtigung des Änderungsantrags Drucksache 19,664 und damit in der anlageersichtlichen Fassung in zweiter Lesung anzunehmen. Vizepräsident Frank Lortz, CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Kasseckert, CDU-Fraktion. Bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach einem so wichtigen und tiefgehenden Tagesordnungspunkt ist es schwer, wieder zur Tagesordnung überzugehen und über das Metropolgesetz zu sprechen. Ich will mich mit Blick auf die Uhr auf die wesentlichen Punkte beschränken. Wir haben eine Anhörung erfahren und haben in der Anhörung wenige wirkliche Änderungsvorschläge vonseiten der Anzuhörenden erhalten. Ich glaube, das Gesetz ist insoweit bestätigt worden. Es ist nunmehr seit 2001 in der praktischen Umsetzung in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main. In dieser Zeit haben sich Aufgaben ergeben, die wir neu in das Gesetz aufgenommen haben. Dazu zählt der Wohnungsbau, der auch in diesen Tagen hier schon mehrfach besprochen wurde. Dazu zählt das Thema Trinkwassergewinnung in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main genauso wie das Thema Klima, Energie und Digitalisierung. Sie merken an den Überschriften, das sind eigentlich die Megathemen, die wir hier fast in jeder Runde diskutieren und die natürlich gerade für eine Metropolregion wie Frankfurt-Rhein-Main auch im Zusammenwirken der größeren und kleineren Kommunen von großer Bedeutung sind. Von daher, das hat sich in der Anhörung bestätigt, war es wichtig und richtig, diese Punkte als neue Aufgabe für die Akteure der Metropolregion aufzunehmen. Der Kern bleibt und ist die Erstellung des regionalen Flächennutzungsplans. Hier haben wir eine, wie ich meine, noch aus meiner alten Tätigkeit heraus sehr sinnvolle Regelung im Gesetz aufgenommen, nämlich dass das Land die Kostenübernahme für die ohnehin vorhandenen Geodaten übernimmt. In der Vergangenheit musste der Regionalverband in sechsstelliger Höhe diese beim Land vorhandenen Daten erwerben. Da haben wir zugunsten der Metropolregion eine Änderung vorgenommen, und es wird auch von dort begrüßt. Ich habe deshalb den regionalen Flächennutzungsplan angesprochen, weil er als Kernaufgabe des Regionalverbandes im Metropolgesetz verankert ist. Eine der Anregungen, die in diesem Zusammenhang kamen, war die Änderung des Maßstabs. Der regionale Flächennutzungsplan ist derzeit in einer Maßstabsgröße von 1.000 € zu 50.000 € dargestellt. Das war ein Kompromiss, den wir seinerzeit mit dem Regierungspräsidium gefunden haben. Man muss wissen, der eigentliche Maßstab für einen Flächennutzungsplan ist 1.000 € zu 10.000 €. Das bedeutet, dass wir in einer Maßstabsgröße von 1 zu 50.000 € eine gröbere Darstellung haben, was dazu führt, dass in den einzelnen Verfahren und Gesprächen mit den Kommunen häufig Unklarheit darüber herrscht, was in dem Plan zu 1 zu 50.000 € tatsächlich an Entwicklungsflächen, Wohnen, Gewerbe oder auch andere Nutzung tatsächlich umfasst. Die Anregung des Regionalverbandes haben wir aufgegriffen. Hier ging es darum, einen Kompromiss zu finden zwischen der Darstellungsgröße von 1 zu 50.000 € und der Darstellungsgröße von 1 zu 10.000 €. Was Sie sich vorstellen können, in einem Plan, der 75 Kommunen umfasst, ist eine Darstellungsgröße von 1 zu 10.000 € eine Megaaufgabe. Der Vorschlag selbst vom Regionalverband war 1 zu 25.000 €. In Rücksprache auch mit dem Regierungspräsidium ist es eine Darstellungsgröße, die wir mitgehen können. Deshalb haben Sie einen Änderungsantrag von CDU und GRÜNEN. Demzufolge werden wir mit diesem Gesetz im Rahmen des Metropolgesetzes auch das Hessische Landesplanungsgesetz ändern. Wenn beide Gremien, Regionalversammlung und Verbandskammer, übereinstimmen und sich auf einen Maßstab 1 zu 25.000 € für den Regionalflächennutzungsplan vereinbaren, dann kann der künftig auch in dieser Größenordnung dargestellt werden. Ich glaube, am Ende ist es rund. Ich glaube auch mit Blick auf die Zeit, dass wir das Thema nicht weiter ausdehnen müssen. Ich bitte um Zustimmung für unseren Änderungsantrag und glaube, dass die Metropolregion auch für die nächsten Jahre dafür eine vernünftige Grundlage findet. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseck. Das Wort hat Herr Kollege Dr. Jörg-Uwe Hahn, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP-Fraktion in diesem Hause war maßgeblich an der Erarbeitung des Vorgängergesetzes oder des Ursprungsgesetzes beteiligt. Deshalb können Sie mir glauben, dass wir uns nicht mehr in jede Detailfrage hereinverlieren möchten. Vieles von dem, was 2011 gemacht worden ist, ist einfach gut. Aber verärgert sind wir darüber, deshalb werden wir mit Nein stimmen, dass aber auch nicht einer von unseren Vorschlägen aufgenommen worden ist. Die waren alle so einfach zu übernehmen. Ich unterstelle, dass Herr Kaufmann darauf noch einmal eingehen wird. Der erste Vorschlag war gewesen, da nennen wir doch bitte den Regionalverband jetzt auch Metropolverband. Wir haben das Gesetz über die Metropolregion, aber den Regionalverband. Dann haben wir zu allem Überfluss für diejenigen, die sich etwas tiefer mit der Materie beschäftigen müssen, auch noch eine Regionalversammlung. Man hätte zur Abgrenzung – das war ja einer unserer Vorschläge gewesen – diese Institution Metropolverband nennen können und in unserer Auffassung auch nennen müssen. Zum Zweiten war unser Vorhalt gewesen, dass gezielter noch in den Gesetzentwurf hereingeschrieben werden muss, dass die Aufgabe des Metropolverbandes, der jetzt aber noch Regionalverband heißt, Infrastrukturprojekte vorantreiben, auf der Tagesordnung steht. Wir haben entsprechende Ideen vorgelegt, wie Planung und Bau von wichtigen Infrastrukturprojekten sich nicht mehr über Jahrzehnte hinziehen, mit Beschleunigungsmaßnahmen zusammenlegen und so weiter und so fort. Das ist nicht übernommen worden. Zum Dritten – das finden wir wirklich maßlos ärgerlich, weil es eine Debatte ist, die dieser Verband gerade selbst führt – auf Anregung der Fraktionen der FDP und der Freien in den entsprechenden Gremien, dass der Verband auch die Zuständigkeit für die Trassenfreihaltung bedeutsamer Verkehrswege erhalten soll. Oder ob es noch einfacher zu beschreiben für diejenigen, die sich damit nicht jeden Tag beschäftigen, aber Kommunalpolitiker in diesem Gebiet sind –, wir möchten, dass in absehbarer Zeit der Regionalverband einen entsprechenden Generalverkehrsplan für die Region auflegt. Natürlich geht es in Abstimmung mit seinen Mitgliedern gar nicht anders. Natürlich geht es auch in Abstimmung mit der Landesentwicklung gar nicht anders. Das ist auch beides gut so. Aber dass es in dieser Region eine zentrale Stelle gibt, der per Gesetzesauftrag gesagt wird, ihr seid dafür zunächst zuständig. Dass Letzteres nicht übernommen worden ist, das überrascht uns nicht nur, sondern das verärgert uns, weil jeder von uns, egal was für ein Parteibuch er trägt, wenn sich der Kreistagsabgeordnete, der Stadtverordneter und der Gemeindevertreter immer und überall darüber aufregt, dass jedenfalls im Rhein-Main-Gebiet – darüber reden wir – nicht nur der öffentliche Personennahverkehr nicht funktioniert, nicht genügend funktioniert. Entschuldigung, Knut Regnert. Er funktioniert, aber nicht genügend. Dass die Straßenbauprojekte auch nicht vorankommen, egal wer sie gerade angeschoben hat oder wieder lahmlegt. Das hätte in diesem Gesetz mit aufgenommen werden müssen. Diese drei zentralen Fragen sind aber nicht aufgenommen worden. Also stimmt die FDP mit Nein. – Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Hahn. – Das Wort hat der Abg. Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bitte den verehrten Kollegen Hahn jetzt doch sehr um Entschuldigung, dass ich auf Ihren Ärger jetzt nicht vertieft eingehe, schlicht und einfach. Die Uhr und der Status, den wir in dieser Gesetzesberatung erreicht haben, lässt es nicht zu. Denn das müsste man schon sehr viel intensiver diskutieren, wenn man den Problem, die Sie so versucht haben, durch Verärgerungen gewissermaßen auch ein Stück zu verstecken, wenn man denen wirklich gerecht werden wollte. Mein Beitrag sollte eigentlich sehr kurz sein. Er kann noch ein bisschen kürzer sein. Dadurch, dass der Kollege Kasseckert im Prinzip schon alles gesagt hat, was inhaltlich zu sagen ist, wir haben – das war uns wichtig – diese Änderung in der Maßstabsfrage. Die hat ja auch breite Unterstützung gefunden. Da hat ja keiner im Ausschuss dagegen gestimmt. Diese Änderung in der Maßstabsfrage ist deshalb jetzt gerade am richtigen Zeitpunkt, weil im Bereich Südhessen sowohl die Regionalversammlung für den Gesamtsektor als auch der Regionalverband für den Regionalflächennutzungsplan jetzt mit der Aufstellungsarbeit für die nächste Auflage beginnt. Deshalb wird an diesem Zeitpunkt die Maßstabsfrage sinnvollerweise auch geklärt. Wir geben durch diese Ergänzung des Gesetzes die Möglichkeit, den Gremien, wenn sie sich übereinstimmen, darauf zu verständigen, dass in dem deutlich besseren und schon immer geforderten Maßstab 1 zu 25.000 € für den Regionalflächennutzungsplan einzulassen. Ich hoffe, dass das auch zustande kommen wird, weil ich damit zugleich sagen will, wenn wir diese Runde des neuen Regionalflächennutzungsplans aus meiner und auch aus grüner Sicht wieder nur so gestalten können wie mit dem alten, dann steht für eine Zukunft das Konstrukt des gemeinsamen Regionalplans, der zugleich regionaler Flächennutzungsplan sein kann, auch infrage. Wir merken gerade bei dem Thema Wohnungsbau, wie schwierig es ist, in diesen verschiedenen Dimensionen der Pläne, dann und gerade in dem Bereich, wo es besonders dringlich ist, im Kern der Region zu vernünftigen Lösungen zu kommen, wenn die Plangrundlage so viel Streit im Einzelnen hervorrufen kann, weil sie nicht hinreichend präzise ist. Ich hoffe, mit der Änderung und mit dem Gesetz schaffen wir jetzt auf diese Weise eine Grundlage, die auch zeigen kann, dass am Ende der Regionalplan, der zugleich regionaler Flächennutzungsplan für den Kern der Region ist, sich bewährt. Das werden wir sehen. Das wird Ihnen in den nächsten Jahren zeigen. Dann werden wir das zu gegebener Zeit erneut evaluieren. Vielen Dank für heute. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben zu dem Metropolregiongesetz der Landesregierung bzw. der sie tragenden Fraktionen eine Anhörung gehabt, sogar hier in diesem Raum, die ich ziemlich unemotional fand. Das ist eigentlich kein Wunder, weil, wenn nicht viel drinsteht im Gesetz, dann kann man nicht zu so vielen Dingen Stellung nehmen. Es ist daher von den Anzuhörenden hauptsächlich über Sachen geredet worden, die eigentlich gar nicht im Gesetz stehen. Der Regionalverband wollte gerne umfirmieren, wollte über seinen neuen Namen sprechen. Die GmbH hat fehlende finanzielle Beteiligung des Landes beklagt. Es war ein interessantes Ergebnis der Anhörung, dass es andere Bundesländer gibt, die mit eigenem Landesgeld ihre Metropolregion fördern und unterstützen. Dass das in Hessen nicht so ist, war ein interessantes Ergebnis der Anhörung. Das IHK-Forum Rhein-Main hat geredet über das Strategieforum, das der Präsident der Frankfurter IHK ins Leben gerufen hat. Das steht aber auch gar nicht im eigentlichen Gesetzestext, sondern ist nur peripher in der Begründung erwähnt. Dazu passt, dass über so vieles geredet wurde, was gar nicht im Gesetz steht, dass die Landesregierung jetzt hier einen Änderungsantrag einbringt, der auch gar nicht das eigentliche Gesetz betrifft, das Metropolregiongesetz, sondern mit ihrem Änderungsantrag ändern sie das Landesplanungsgesetz. Das zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass dieses Gesetz kein großer Wurf ist. Es ist der kleinste gemeinsame Nenner, wie wir das so häufig bei schwarz-grünen Initiativen erleben. Es schadet nicht, es bringt aber die Region auch nicht wirklich voran. Deswegen werden wir uns nachher bei der Abstimmung enthalten. Einzig allein der neu gegründete Initiativkreis Rhein-Main hat hier in der Anhörung und auch in seiner schriftlichen Stellungnahmen die großen und entscheidenden Fragen angesprochen, die die Metropolregion betreffen. Wie sieht es aus mit der regionalen Verfasstheit? Ist das im Moment ein Rahmen, der angemessen ist, der handelbar ist, oder müssten wir da vielleicht über Änderungen reden? Wie sieht es aus mit der Organisation, den Aufgaben, der Kompetenz des Verbandes? Wie sieht es aus mit der demokratischen Repräsentanz der Entscheidungsgremien des Verbandes? Alles das sind Punkte, zu denen Schwarz-Grün offensichtlich nicht die Kraft hatte, sich dazu zu bekennen oder darüber wirklich reden zu wollen. Das hat man dem Initiativkreis überlassen. In dem Gesetz findet sich nichts davon wider. Das finde ich ein bisschen dürftig. Wir haben allerdings jetzt sage und schreibe elfeinhalb Jahre Zeit, darüber zu reden, ob das Gesetz denn so gut ist oder nicht. Denn so lange soll tatsächlich dieses Gesetz verlängert werden. Da wir in dieser Legislaturperiode von dieser Landesregierung dazu keine großen Schritte mehr erwarten, wäre es eine Anregung an dieser Stelle und ein Hinweis an die nächste Landesregierung und an den nächsten Landtag, ob es nicht überlegenswert wäre, zu dem Thema Zukunft der Metropolregion Rhein-Main und genau diese großen Fragen, die hier angesprochen sind, beispielsweise eine Enquetekommission einzurichten, wo man über eine längere Zeit mit vielen Sachverständigen die Möglichkeit hat, sich auch einmal andere Metropolenregionen anzuschauen, wie die aufgestellt sind, wie die gefördert werden, wie wir da im Wettbewerb stehen und ob wir eventuelle Änderungen vornehmen müssen. Ich glaube, dass eine Enquete hier eine Möglichkeit wäre, da etwas Gutes für die Region zu erreichen. Meines Erachtens sollte sich der nächste Landtag darüber einmal Gedanken machen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit dem Metropolregionsgesetz ist es so, es wird heute sozusagen am Ende der Debatte mehr oder weniger an den Rand gedrängt. Die Diskussion, die eigentlich notwendig wäre, mit einer Perspektive in die Region zu gehen, wird schon seit Langem aus unterschiedlichsten Gründen an den Rand gedrängt. Ich finde die Vorschläge, die der Initiativkreis Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main gemacht hat, wichtig und gut. Sie sind im Übrigen auch sehr detailliert und überlegenswert. Aber von diesen Vorschlägen und von diesen Vorstellungen oder sozusagen ein Stück Perspektive auf diese Metropolregion zu werfen, lese ich im Gesetzentwurf nichts. Im Kern ist es sozusagen das Abarbeiten eines auslaufenden Gesetzes. Wir schieben es mal sozusagen auf die lange Bank. Kollege Weiß hat ja schon darauf hingewiesen, weil wir alle irgendwie Probleme damit haben. Dabei sind doch die brennenden Probleme die, dass über die Frage der Flächennutzungsplanung hinaus, da ist Wohnen angesprochen worden, der öffentlichen Personennahverkehr, Aufgaben zu bewältigen sind in dieser Region insgesamt, die die einzelnen Kommunen ja so gar nicht mehr leisten kann. Und es müsste auch unser Interesse sein, selbst wenn es zu einer, ich sage es jetzt mal, Blattmachtverschiebung führen würde. Das scheint mir eher das Hauptproblem zu sein seit Jahren, diese Angst davor, dass man hier sozusagen andere Kompetenzen schafft im Interesse der Bürger und dass man in den entscheidenden Fragen weiterkommt. Ich finde es bedauerlich, wie mit dieser Debatte umgegangen wird. Ich glaube, dass sich das irgendwann auch rächen wird. Was ist die Metropolregion Rhein-Main im Übrigen? Sind das die 75 Kommunen, die jetzt einbezogen sind? Oder ist der Zuschnitt dieser Region auch zu überdenken? Warum ist Wiesbaden nicht dabei? Wie ist das Verhältnis sozusagen zu Südhessen? Das sind alles Fragen, die wichtig sind. Und letztendlich auch die Frage, wieso schaffen es denn andere Regionen, da erfolgreicher zu sein? Ich spreche zum Beispiel Hannover-Regionalkreis Hannover oder Aachen an. Ich merke, dass das Interesse dieser Landesregierung an dieser kritischen Diskussion überhaupt nicht vorhanden ist. Deswegen findet hier auch in dem Gesetz nicht statt. Ich finde auch, es ist wert, genau an dieser Stelle unter anderem auch darüber zu diskutieren, dass man für eine Metropolregion auch ein gewähltes Parlament haben muss, mit Kompetenzen und nicht Vertreter von Vertretungsorganen, weil die letztendlich wiederum ganz andere Interessen vertreten als die, die unmittelbar gewählt sind. Ich knüpfe da durchaus an den Erfahrungen des Umlandverbandes an. Dann muss man sowohl die positiven als auch die negativen Erfahrungen, die seinerzeit auch zur Auflösung des Umlandverbandes geführt haben, hiermit zu berücksichtigen. Aber mehr Demokratie, mehr direkte Demokratie in der Region täte, neben auch einer Diskussion, was ist sinnvoll, wie und wo zu regeln, täte dieser Region Rhein-Main auch gut und würde sie nach vorne bringen. Das lese ich alles nicht in diesem Gesetzentwurf. Gar nichts davon lese ich. Wir haben es einmal abgearbeitet, wir machen weiter so, und deshalb werden wir es ablehnen. Vielen Dank. Wünscht die Landesregierung das Wort? Herr Staatsminister Beuth, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenigstens ganz kurz. Herr Kollege Schaus hat eben von den Perspektiven gesprochen. Ich würde feststellen wollen, dass die Metropolregion in der Tat herausragende Perspektiven für die Menschen und für die Unternehmen hat. Wir haben großartige Entwicklungschancen in der Metropolregion. Insofern brauchen wir und sollten wir uns nicht darüber beklagen, dass wir so eine leistungsstarke und herausragende Metropolregion haben. Herr Kollege Weiß, die Tatsache, dass in diesem Plenarsaal über diese Frage in der Anhörung gesprochen worden ist, könnte auch damit zusammenhängen, dass man im Grunde genommen mit der Struktur insgesamt einigermaßen leben kann. Wenn ich sage, dass man einigermaßen leben kann, es gibt eben nicht nur 75.000 Kommunen, sondern mindestens 75.000 Interessen, die wir in dieses Gesetz hineinpacken mussten, und wenn dann die Debatte hier im Plenarsaal bei der Anhörung der Betroffenen unemotional war, dann ist das eher ein Ausweis dafür, dass wir eine ordentliche und gute Gesetzesgrundlage haben. Meine Damen und Herren, der Gebietszuschnitt, der Kollege Schaus, ist im Grunde genommen nicht mehr angesprochen worden. Die Frage der Direktwahl ist ein Streit, der ebenfalls nicht mehr aufgenommen worden ist. Spätestens seitdem die Kollegen in Niedersachsen in der vergangenen oder vorvergangenen Woche ein Gesetz in den dortigen Landtag eingebracht haben, die Direktwahl in Braunschweig für den Regionalverband wieder abzuschaffen, scheint mir diese Debatte auch erledigt zu sein. Wir haben die Maßstabfragen, die besonders wichtig waren, noch mit aufgenommen und ansonsten eine pragmatische Weiterentwicklung für das Gesetz vorgesehen. Wir haben die Bereiche Wohnungsbau, Wohnbauflächen, Energie- und Klimaschutz, Digitalisierung sowie Beschaffung von Trink- und Brauchwasser in die Zielsetzung des Gesetzes mit aufgenommen. Ich glaube, das ist eine gute und ordentliche Weiterentwicklung, der wir nunmehr auch gemeinsam zustimmen können. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann rufe ich auf zur Abstimmung über den Gesetzentwurf 6650 zu 6164. Wer ihm seine Zustimmung gibt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das sind die Fraktionen von FDP und Den Linken. Wer enthält sich? – Das sind die Fraktionen der SPD und der Abg. Öztürk. Damit ist der Gesetzentwurf zum Gesetz erhoben. – Kolleginnen und Kollegen. Wir schauen uns mal an. Wir schauen uns mal an.